Hey, Ashley, wusste nicht, dass du heute hier bist? Ja, beim Regen sind ein paar geschleudert. Ich hab viel zu tun. Hey, Leute, das ist Ashley. Sie ist verantwortlich für den Fuhrpark beim Horizon. Hey, Leute, wenn ihr irgendwas braucht, Tuning, Lackierung, Upgrades, Teile, was auch immer, kommt zu mir. Ich kann euch helfen. Okay, hier hätte zu kommen, hat Spaß gemacht. Aber jetzt wird es dann richtig ernst. Ich will wissen, wer der beste Fahrer ist. Bist nicht du der beste Fahrer, Ben? Die sollten gegen dich fahren. Komm schon. Dafür hab ich sie bezahlt. Okay, wir haben in der Gegend eine Menge Veranstaltungen angesetzt. Beim Horizon gibt es mehr als 168 verschiedene Meisterschaften mit fast 700 Veranstaltungen. Du kannst an allen teilnehmen, während du hier bist. An jedem Ort gibt es eine Meisterschaft, nach der die Autotour zu ihrem nächsten Ziel aufbricht. Die Meisterschaft, an der du teilnimmst, hängt von deinem aktuellen Fahrzeug ab. Du fährst den Z4, also habe ich dich für die Sportsmeisterschaft in Castelletto gemeldet. Das ist eine Meisterschaft über drei Rennen. Such dir aus, mit welchem du anfangen willst. Na los, wähl ein Rennen aus. Hey, der Fuhrpark hat jetzt offen. Wenn Sie Ihr Auto aufrüsten oder neu lackieren möchten... Sie haben Ihr Ziel erreicht. Okay, das ist dein erstes Meisterschaftsrennen. Das ist wesentlich schwieriger als die Vorrunde. Hier wird alles ernst. Huh? 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 Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020